Musik 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 Andra Musik Dann ist mir alles klar. Aber was dann? Heute Abend werden die Martinslaternen wieder im Schrank verstauen. Wer ändert sich denn morgen noch an den Heiligen Martin von Tur? Bis zum nächsten Martinsdach dauert es doch noch ein ganzes Jahr. Aber genau darum geht es. Heute begeistert sein vom Teil, vom Eintricken für Gerechtigkeit. Das ist keine Kunst. Und morgen im Alltag daran zu denken und so zu handeln. Und übermorgen und überübermorgen. Das verändert die Welt. Es hat schon viele Martins gegeben, die das angepackt haben. Gerade erst haben wir das Jubiläum des Martin Luther gefeiert. Martin Luther King hat sich für die Rechte der Schwarzen in Amerika eingesetzt. Und du, Martin, hast gezeigt, wie es heute geht. Lasst euch anstecken! Lasst euch anstecken! Los geht's! Lasst euch anstecken! Lasst euch anstecken! Lasst euch anstecken! Die Chinteressen! Denn bei deinem Mut, so an der Wieser Gnade war. Bei deinem Mut, als du bist, dein Leben in der Zeit. Bei deinem Mut, dein Wut zu fühlen. Bei deinem Mut, die Erde in Jesu Sprung erhält. Bei deinem Mut, die Garten wird der Menschheit. Bei deinem Mut, die Erde wird der Schmerz. Bei deinem Mut, die Erde wird der Menschheit. Bei deinem Mut, die Erde wird der Schmerz. Bei deinem Mut, die Erde wird der Schmerz. Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus